Das ist aber doch viel zu lang, oder? Oh Gott, da sind Leute echt nervig manchmal. Okay. So. Ich bin gerade in einer dieser Pyramiden drin. Okay. Ah, Baba! Alter, ich spawne ja gleich gegen den Dick auf die Fresse hier. Ich hab's gehört. Ah, Creeper. Alles ist gemein hier in der Höhle drin, weißt du das? Oder in dieser... in dem Teil. Das ganze Erz hat sich abbauen von. Das besteht aus Obsidian. Ja, wir auch schon. Hm? Obsidian Harder Shield and Flint Bone Shield. Okay. Alter, ich hab keinen Bock auf euch Skelette, ganz ehrlich. Skelette sind ein bisschen nervig. Ach, merkst du das jetzt erst? Ich würd ja gerne drüben in die andere Pyramide auch rein. Bin ja auch eben in Yolomut reingerannt. Okay. Ja. Oh, ping. Das Problem ist, außerhalb von der Pyramide ist alles voll. Und ich komm hier nicht raus. Ja. Ja. Da seid ihr zu groß. Ne, diese Skelette. Autsch. Autsch. Hast gehört, ne? Boom. Ja. Wie wird das gehört? Autsch. 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 Wie soll ich denn hochkommen? Wenigstens eins. Ey, du hast nur eins selbst hochgegraben. Ach, halt die Fresse jetzt vielleicht. Echt. Ganz ehrlich, du hast doch nur eins davon hochgemacht. Na. Ich bin durch dein Loch durchgegangen. Da waren keine zwei Löcher. Nein, ich meinte, wo du ganz unten drin warst, du Vogel. Das eine Loch hast du dicht gemacht. Matt. Ja, wo ich ganz runtergegangen bin, war nur ein Loch. Wie soll ich denn wieder hochkommen? Vielleicht ein paar Löcher mehr machen. Ups. Jetzt hab ich das zu mir geportet, ne? Ja. Scheiße. Du bist echt ein Held. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier hinkommen. Müssen wir generell mal gucken. Sneaky, Sneaky, Peaky. Anti-Block, alles klar. Ich hab generell... Warte mal, hier ist ein Knopf. Okay. Hast du den Knopf gefunden? Jo. Ja. Das hab ich gar nicht gesehen gehabt vorher. Weil der nochmal das Teil hat, ja. Ne, weil ich deins eben noch als erstes hatte und mich eigentlich zu dir porten wollte. Aber brauchen wir ja jetzt doch nicht mehr machen. Ne? Ne? Wann das denn jetzt? Wichtigkeit blöd? gegen V.M. Geil. Da ist er. So bist du denn der am meisten stirbt? Ja, irgendwie schon. So hart sterben. Don't die so hart. Will ich ja gar nicht. Ich will nicht so hart sterben. Ja, das ist, wenn mit einmal die ganzen Skelette, die sind so überpowert, das geht gar nicht. Ja, wenn die auf einmal da sind, ist klar. Wenn die alle auf dich schießen, du Arsch. Nicht, wenn die mit einmal da sind. Ja, sicher. Hör auf. Bren. Mann, ey. Bren, für einen kurzen Moment. Da wo ich 2 Locks, clearly. Boah, ich sie... Haben wir denn da von welchen? Ich hab gar keinen Kopf mehr. Hm. Nein. Wir haben da noch irgendwo Rüstungsteile oder so. Weiß er nicht. Wir haben auch irgendwo diese... Ironspulen noch, die du nehmen kannst. Ja genau, die hatte ich ja... Die hatte ich ja weggelegt erst mal. Wir hatten da nämlich genug von. Die Frage ist nur... Welcher Verfluch? Also Haupt... Ey, kannst du die nicht bitte sortieren? Da war ein Back oben drin. Und ich wollte das Ding eigentlich nur platzieren. Obsidian Head Shield, okay. Also die Rüstung hatte ich rausgenommen. Warum? Warum? Portable Tank. Leadsstone. Ich dachte, ich kann die Rüstung ganz sehen, was gemeine war. Basic Capitator. Obsidian Toolboard. Glue Orchidee. Okay. Okay. Flint One Shield. Was ist da denn drauf? Okay. Hm. Punks... Iron, okay. Aber irgendwo waren die Dinger trotzdem noch drin. Toppa. Na, wenn du die anlässt, dann hast du die an. Ja, nein. Ich meine, die spulen damit, dass du die machen kannst. Hä? Ach, die. Ja, keine Ahnung. Irgendwo habe ich die gesehen. Ist da nur eine halb kaputte Rüstung davon? Hm. Ich weiß. Ja, ich nehme erst mal den Helm wenigstens. Wo wo die ganzen Ärzte sind, hatten wir nicht irgendwo ein Ärzte irgendwo hingeschmitten? Ja, irgendwo, ne? Geht das? Iron. Ich brauche Tint. Wolkwachschluss. Wir hatten... Ja, irgendwo Tint. Wir haben auch genug Tint fertig gehabt. Wo ist denn Tint fertig? Ich weiß das nicht. War ich das... Ja, ab irgendwo? Weiß ich nicht. Ab irgendwo? Ich habe das gefunden. Ja, woher soll ich das denn wissen, wo das ist? Du hast doch die Kisten zwischenzeitlich alle komplett auseinandergenommen. Ja, nur da vorne. Ahnung. Potable Tanks habe ich jetzt welche. Und Hardenet Potable Tank. Und, ja. Potable Tank. Magnesium. Ich glaube, die waren auch noch in Blöcken. So habe ich die nämlich gehabt. Ja, schön, dass die Blöcken waren. Ja. Hat Ali nix davon. Tin brauchst du, ne? Ja, Tin. Ups. Sollte man mal mit Knäder ausmachen. Ich schmeiß doch wieder in die Kiste rein. Ich bin jetzt in der mittleren Kiste. Ich schmeiß doch ein. Oh, kaum Strom noch. Ja. War voll jetzt das Dance-Zeug hier gerade. Braucht da jetzt mal was von. Hä? Ich dachte, verballerst gerade das Dance-Zeug. Ich verballer gerade gar nichts. Hast du das Dance auch reingeschüttet? Ne, habe ich nicht. Guck mal, was da drin ist. Gleich. Nur Ofen. Warte, dann muss ich gleich umstecken hier wieder. Der andere mit ihm auch ran kennt. Das ist egal, wenn die jetzt hier gefüllt. Die hat jetzt schon 300.000 drin. Das finde ich ganz okay. Wow. Wow, ich baue mir Kupfer. So einmal in die Dimensionen da rein. Ich baue definitiv Kupfer. Da kann ich das Alchemie-Zeug stirren. Musst du noch in die Dimension rein? Nö. Gar nicht. Ich kann später versuchen, noch mal in die andere Pyramide reinzukommen. Meiner Delight. Oh, nur ein bisschen. So, und zum ganzen Kurs. Oh, da kommt man nicht in die Absurd. Wo war denn das? Ach, hier. Hier kommt man zu importen. Oh, keine Zombie-Zombie. Geh mal weg. Oh, Kupfer. Kupfer. Ich brauche den noch zu nutzen. Eisen. Bei Eisen muss ich auch noch ein bisschen Farben. Eisen und Kohlfeuer auch noch. Rotstein. Mondstein, Krieg und Sieg. Ja, Kevin, wie gesagt, kann ich mit Alchemie-Quatsch anfangen. Da kriege ich dann auch hin, irgendwas zu duplizieren durchgehen. Da kriege ich Eisen dann hin zu duplizieren. Vielleicht, ja. Wäre es ein bisschen einfacher. Ich würde mal mit diesen Eisen-Spitzhacken machen, die ein bisschen... Hi, Kupfer. Aber ich glaube, wir können auch die Circulus-Block-Spitzhacken machen. Weiß noch nicht, was die bringen. Genau. Da, scheiße. Fuck. Warum? Warum fehlt ein Wizzerkopf? Nein. Ein Wizzerkopf fehlt. Irgendwo müsste da einer drin sein. Da gehst du, dass sie alle rausgenommen. Ich hatte alle rausgenommen. Oh, was solltest du mit dem Wizzerkopf machen? Quest, du Affe. Dafür brauchst du fünf Wizzerköpfe. Lass mich noch ein bisschen rausfarmen hier, was ich brauche. Ja, mach doch. Blödmann. Bin ich blödmann? Du doch, blödmann. Und dann mache ich wieder Selbstmord-Commande. Man versucht die ganzen... Versucht, einen Wizzerkopf zu kriegen. Oder ist vielleicht irgendwo noch einer drin. Der Baby zum Übrigen. Da hat der kleine Stinker geweckt. Nö, ist keiner drin. Warum habe ich das? Wahrscheinlich will ich den Ehevogel da. Two Redstone Bucket. Bekommen vier Stück. Toll. Also einmal brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen mehr machen. Hey, hey, ist der Wurbel. Schön, dieses Upgrade, ne? Oh, da habe ich einen Fall gehört. Upgrade ist nicht schlecht. Ah, Köpfe, brauche ich jetzt erstmal nichts. Ja. Brauche ich nicht. Dumm. Zauber. Ähm, ja. Das kann eigentlich noch lange dauern, bis man alles mal weg hat hier. Online schon wieder wie geht's, okay. Nein, da kommt mal geflitzt. Weg finden. Und dann kannst du eigentlich erstmal wieder austauschen. Am hier von. Ach, guck mal einen an. Achso, das ist das. Ah, ja. Creeper. Oh, 54. Haben wir nur. Yeah. Yeah. Prozentus left. Yeah, super. Minecraft hat sich bei mir geschlossen. Hat ich vorher auch alles gemacht. Ich habe gerade einen Quest bekommen, geguckt nur. Na ja. Merkwürdig. Naja. Passiert. Oh mein Gott. Da gibt es auch Hardcore Quest Void World. Habe ich gerade zufällig nur gesehen. Können wir jetzt ernsthaft die ganze Wand mit den ganzen Köpfen ausstatten? Mhm. Wieso nicht? Ach, genau. Ach, musst du jetzt ernsthaft dieses Warp-Zeug hier braten? Geh weg. Ja. Nein, scheiß auf Fleisch gerade. Nein, nicht scheiß auf Fleisch, du Arsch. Ich will das Zeug duplizieren und Mars. Ich glaube, da unten kommt kein Strom mehr. Fleisch lässt sich überhaupt nicht so schnell mehr hungern. Ja, aber... Die bauten Strom gerade anderseitig. Da kann ich nämlich wenigstens was machen. Wir haben unten noch Lid-Sonnen-Zähne, aber egal. Ja, aber ist doch egal. Die brauchen wir. Das ist nur Sicherheitsstrom. Wir müssen auch die Araktor-Anstalt und die ganzen Zellen aufladen lassen. Ja, aber dafür müssen wir erstmal Flüssigkeit reinpumpen. Ja, warum? Kann ohne laufen. Ist nur ineffizient, aber kann laufen. Ja, ineffizient ist gut. Du mich auch. Tanz mich mal. So, da bin ich wieder. Hör auf zu lecken. Na komm, beweg dich wieder. Das ist immer auch geil. Bist drin und dann dauert das Moment, bis du dich bewegen kannst. So, nochmal zu den Quästen. Das war da. Wizardkiller. Ah ja. Das sind alles wirkliche Quästen. Ein 15 von 50 Plays. Ein von 50 Zombie Pigments. Irgendjemand hat einen Zombie Pigment von uns gekillt. Wo du vorhin? Nee, eigentlich. Eigentlich nicht. Secrets. No. Piercels. Okay. Dark Oak Zeppling. Aha. Okay. Ja, wir müssen mal wieder Figuren finden. Irgendwann müssen in der anderen Welt auch noch welche sein. Das kann wohl möglich sein. Aber. Hat die nichts wissen. Ja. So. Ciao, Minecraft. Lost Souls, ne? Okay. 20 Souls entfählen uns davon nur noch. Keine Ahnung, warum Minecraft hier sich so oft schließt. Witch. Witsch. Witsch. Witschwater. Dieses. Dieser Bucket, den ich mir da geholt hatte. Ja. Davon brauchen wir 10 Eimer. Okay. Die Sache ist ja halt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eimer haben wir. Und einmal nur mit Witchwater Bucket. Dann kriegst du nämlich Bones. Necrobone. 20 Convera Bates. Und Reward Back. 2, 3, 4, 5 Eimer haben wir. Ja. Das ist ja auch noch. 2, 3, 4 Eimer haben wir. 1, 2, 3 Eimer haben wir. gleiche Konfig, gleich Konfig vor. Schon wieder ein Stack Wassermelonen bekommen. Penner. 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 Hey, aber das geht auch eigentlich relativ schnell. Das ist wie das andere, das hat ja ewig geholfen, wie es das geladen hat. Ja, Lassi braucht ja nicht so lange, das stimmt ja. Naja, sind eh so viele Mods, Gott sei Dank. Ich würde schon wieder die Kisten klappern. Ich habe nur Bronze reingelegt, also Kupfer. Ich würde eigentlich schmelzen gerade. Ich habe ein bisschen an der Konfig rumgeschraubt. Hä? Ich habe ein bisschen an der Konfig rumgeschraubt. Das wurde nichts verstanden. Ich glaube vom Server ist ja momentan eh nichts. Er hat ja normalerweise Server download abgeschaltet. Ja, Lurium brauchen wir auch noch. Ja. Ich will hier gucken, ob ich irgendwas radioaktives herstellen kann und das duplizieren kann. Okay. Das ist nämlich viel viel einfacher. Ach, brauche ich doch wieder diesen Konjun... diese... ...pralen Kiste. Hm. Vielleicht. Soll ich mir... Was ist das eigentlich mit dir jetzt? Müssen wir uns die so herstellen? Keine Ahnung. Also wenn es wirklich so funktioniert wie dann, ne? Meine Iron hat eben Repair bekommen. Okay. Ja, geh auch mal reparieren. Also weil die Auto Repair hat, ist es natürlich easy, ne? Und nicht die Welt wechseln, weil ich gerade in einer anderen Welt drin bin. Nö, nö. Welcher bist du denn? Hä? In einer Miners. So. Kann ein bisschen abbauen.